Guru ist Brahma, Creator, er hat dich geschaffen, er ist nicht bei dir, dein Wissen, Brahma ist also der Guru, dein Wissen, deine Entscheidung, dein Intellekt, dein Creator, Guru Brahma, Guru Vishnu, der besutzt dich, der besutzt dich an jedem Hinsicht, Tag und Nacht, ist der, der dich sanft in Schlafsicht und in Träumen und wieder zurückbringt, der Vishnu, er hält dich ständig auf seinen Handflecken, so wie jemand hätte eine große Blase, schmerzhafte Blasen und der Arzt hat gesagt, du sollst die Hand so halten, so haben wir etwas gebunden und wir gehen so und so, Gott trägt uns auf seinen Handflecken, dass seine, wir sind wie diese Blasen, dass der nicht irgendwie bewegt oder Schmerzen haben wird. Dann trau in Gott, Vishnu, Vishnu, Vishvake Anu Anu mein, Shramayuhi Shakti ka Naam, Vishnu. In the whole universe, in every atom, what that energy is existing, that's called Vishnu, the Krishna. Guru Brahma, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Saakshat Parabrahma, und Darum de Gurudev is Shiva, und er ist Saakshat, er ist Parabrahma. Tashmai Shri Guru, Guru Ve Namaha, ich verbarge mich mit so einen Maester, das ist Guru. Aum Brahma, Anandam, Param, Sukhadam, Kevalam, Jnana Muratim, Dvandatitam, Gagana Sadrasam, Tasmasyadilaksham, Ekam, Nityam, Vimalachalam, Sharvadishakshibhutam, Bhavatitam, Matrigunarahitam, Satgurutam, Namamiyam. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tashmai Shri Guru Ve Namaha, Dhanamulam, Guru Muratim, Pujamulam, Guru Repadam, Mantramulam, Guru Repadam, Mantramulam, Guru Repadam, Mokshamulam, Guru Repadam, Om Shanti, 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 Shanti Ravavato, Deep Narayan Bhagwanakir. Shanti, 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 Shanti Vielen Dank.